Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich zum Thema Verdauungsstörungen. Aus yogischer Sicht sind Verdauungsstörungen sehr weit verbreitet und die Verdauungsstörung selbst kann nochmal eine Ursache sein vieler anderer Folgeerkrankungen. Sehr stark annähernd ist dann quasi die Folgeerkrankung wie Durchfall oder Bauchschmerzen, aber weiter entfernt kann dann auch Schlafstörungen zustande kommen. Ja, aus yogischer Sicht ist das so, dass im Grunde Verdauungsstörungen durch so eine Art Selbstvergiftung kommen, wie viel Weißmehl und Zucker in der Nahrung, weil nämlich auch Abfallstoffe, die dann quasi nicht ausgeschieden werden, eventuell zurückfließen können in den Blutkreislauf. Abfallstoffe in Form von Harnsäure zum Beispiel, welches ja im Dickdarm entsteht. Auch geht Yoga davon aus, dass natürlich mentale Konflikte die natürliche Widerstandsfähigkeit schwächen können und dadurch die Infektionsanfälligkeit steigt. Ja, also selbst die Schulmedizin sagt mittlerweile, dass im Grunde nur bei Entspannung die Verdauungssaftproduktion vermehrt wird oder unterstützt wird, sodass dann halt eine gute Verdauung stattfinden kann. Also Entspannung und damit im Zusammenhang mentaler Frieden ist wohl ganz wichtig für eine gesunde Verdauung. Ja, wie wir sehen, das Körper-Geist-System eine Einheit. Demnach existiert hier auch wieder eine gegenseitige Beeinflussung zwischen Körper und Geist. Ja, wie sehen die Symptome aus? Wann kann man davon ausgehen, dass man eine Verdauungsstörung hat? Man spricht ja zum einen von Verstopfung und Verstopfung soll sich dadurch zeigen, dass man einen unregelmäßigen Stuhlgang zum Beispiel hat. Aber auch da sollte man das ganz individuell betrachten. Es gibt wohl ganz gesunde Menschen mit einer guten Verdauung, die nur einmal die Woche den Stuhlgang haben und trotzdem nicht an einer oder unter einer Verstopfung leiden. Ja, auch wird oft gesagt, dass ein zu harter oder trockener Stuhl dafür steht, unter Verstopfung zu leiden. Gut, aber tatsächlich sollte man auch das individuell betrachten oder gesamtheitlich, nämlich wie sehen die Symptome auch mental aus? Wie zum Beispiel eine depressive Verstimmung, Appetitverlust, dann aber auch wieder andere Folgeerscheinungen, die wir auch schon eingangs erwähnt haben, hier noch mehr wie Kopfschmerzen, Mundgeruch, volle Gefühl, Übelkeit. Langzeitfolgen könnten dann Hämorrhoiden oder sogar Leistenbrüche sein. Dann wird auch nochmal unterschieden zwischen der sogenannten kolischen Verstopfung. Hier hat man einen verspäteten Übergang der Fäkalien zum Rektum. Und dabei ist dann tatsächlich hier der Stuhl zu hart. Und das ist dann auf eine ballaststoffarme Ernährung zurückzuführen. Dann spricht man auch von einer sogenannten Dischezie. Das ist dann eher so eine unvollständige Stuhlentleerung. Und dabei passiert es, dass das Rektum immer wieder mit Stuhl gefüllt wird. Also es ist wie so eine Art Kreislauf, dass man das Gefühl hat, man entleert sich nie vollständig, weil man bisher wohl seinem Stuhlreflex nicht befolgt ist. So dass quasi dieser Stuhlreflex dann irgendwann so geschwächt ist, dass er mangelhaft ist. So dass man keine konkrete Anweisung hat für eine tatsächliche Stuhlentleerung. Welche Ursachen haben wir dann für die Verstopfung? Abführmittel, die im Grunde helfen sollten, der Verstopfung entgegen zu kommen, schafft im Grunde das Kontraproduktive. Weil das ja schon ein aggressives Entleeren ist und dadurch die Entfremdung von der natürlichen Entleerung stattfindet. Also so kann man keinen eigenständigen Reflex aufbauen, sondern das System ist auf Abführmittel konditioniert. Klar eingangs schon erwähnt, falsche Ernährung, weil ja die Verdauungssaftproduktion sehr stark auch von einer genüsslichen, rein Nahrung abhängig ist, sodass eine Verdauung auch sauber und sehr funktional vonstatten gehen kann. Mangelhafte Bewegung, mentale Verstimmung, wie auch eingangs schon erwähnt, wie Entspannung ebenfalls wichtig ist für eine gute Verdauungssaftproduktion, die wiederum nötig ist für die funktionale Verdauung. Ja, der unterdrückte Toilettengang, der dann sozusagen das System umkonditioniert und diese Entleerung halt nicht erlaubt. In sich schwache Bauchorgane, genau, also das geht dann so Hand in Hand mit der mangelhaften Bewegung, beziehungsweise führt Bewegung, gerade ja unsere Asanas führen dazu, dass immer wieder eine direkte Massage der Bauchorgane stattfinden kann und dadurch das Kontrahieren und wieder Entspannen, also dieser Effekt zum muskulären Aufbau des gesamten Kraftzentrums stattfinden kann, aber auch die Funktionalität der Bauchorgane stattfinden kann. Ja, wie können wir dem entgegenwirken? Welche Gegenmittel haben wir? Wichtig ist es zu wissen, dass man sich frei machen sollte von frühzeitiger Befürchtung, also nicht zu schnell auf dieses Krankheitsbild zurückzugreifen. Dann gut erwähnt wurde die falsche Ernährungsweise. Hülsenfrüchte und Gemüse, die haben Zellulose als ein Bestandteil, welches wiederum die Darmbewegung fördert und damit ja im Grunde die Verdauung und Umwandlung in Fettsäure beinhaltet, durch aktive Darmbakterien. Und diese gelten dann wiederum als natürliche Abführmittel. Also diese Fettsäuren, die halt quasi aus den Hülsenfrüchten und aus dem Gemüse produziert worden sind. Viel Wasser trinken, um diesen Fluss natürlich zu halten, diesen Fluss für die Ausscheidung zu halten. Ja, am besten auch eine Stuhlgangroutine einzubauen im Alltag, also morgens, wo noch alles recht entspannt ist, quasi seinen Toilettengang zu praktizieren und das dann auch so einzuhalten. Dann haben wir auch ganz spezifische Asanas, die das Fördern der Verdauung aktivieren können, wie Subtapavanukdasana. Das ist quasi das Streck- und Beugbein im Wechsel. Uttanapadasana, also die gestreckte Beinhaltung im Liegen. Kauva-Shalasana, das ist eigentlich der Kreengang. Der Sonnengruß, klar, ist ja eine Mischung aus Vor- und Rückbeugen. Die Kopra, auch hier werden die Bauchorgane gegen den Boden aktiviert gehalten. Madhijaryasana, das ist die Katzenstellung. Da kann man auch vielfältige Variationen einbauen, wie der Katzenbuckel und der leichte Hohlkreuz im Wechsel. Und Shalabhasana, das ist die Heuschrecke. Die ist wirklich auch sehr, sehr schön, um hier das Kraftzentrum und die darin enthaltenen Organe zu aktivieren. Kriyas als Reinigungsmethoden und auch andere Reinigungsmethoden, wie Shankarpaksalana, darauf werden wir auch noch eingehen. Dabei ist es so, dass man quasi Salzwasser trinkt, dann in Übungen geht, also Asanas praktiziert, ganz leicht. Und dann findet quasi eine ganz starke Darmentleerung statt. Also es ist im Grunde die gesündere Alternative zu Abführmitteln. Basti, das ist ein Einlauf. Man kann sich dafür auch einen Einlauf besorgen aus der Apotheke und die Darmentleerung dadurch aktivieren. Nauli ist die Darmmassage. Da atmen wir dann einmal tief ein und dann aus und pressen dann quasi im Wechsel die Hände gegen die Oberschenkelvorderseiten, sodass dann quasi die Bauchorgane massiert werden richtig. Also von rechts nach links rotieren und dann im Wechsel, im Seiten- oder im Richtungswechsel dann umgekehrt. Darauf werden wir auch nochmal eingehen. Ja, Agnisar Kriya, das habt ihr bereits kennengelernt. Das ist dann die sogenannte Feueratmung. Da wird das Verdauungsfeuer, welches im Magen sitzt, quasi nochmal erhitzt und aktiviert und soll dadurch die Verdauung insgesamt fördern. Wichtig natürlich aus Yosha Sicht ist immer wieder der mentale Frieden. Und das ist dann wiederum eher durch das ganzheitliche Yoga zu praktizieren, zu verstehen und auch umzusetzen. Dann gibt es noch das Verdauungsstörungsbild Geschwüre. Nerven stimulieren ja die Salzsäure für die Verdauung und bei permanenter Angespanntheit des Nervensystems kommt es zu einer permanenten Ausschattung von Salzsäuren. Und diese Säure vernichtet dann die Grenze zwischen Magen und dem Zwölffingerdarm. Und in dem Bereich, wo die Grenze quasi schwindet, kommt es dann zu einer Bildung von Geschwüren oder das ist in dem Moment quasi eine Geschwürenbildung. Ja, Yoga kann da wieder entgegenhalten durch Entspannung und dadurch dann diesen Prozess umkehren und das Nervensystem normalisieren. Wichtig ist natürlich immer dabei, optimistisch und zuversichtlich zu bleiben und Verständnis zu haben sich selbst und anderen gegenüber. Also das ist halt das Grundbild, was man entwickeln sollte, um von dieser mentalen Anspannung wegzukommen. Ja, dann gibt es noch sowas wie Nahrungsmittelvergiftung und auch Infektionen. Salmonellen sind ja dafür bekannt, als Nahrungsmittelvergiftung zu gelten, wenn sie bei der Nahrungsverarbeitung, wenn man also bei der Nahrungsverarbeitung nicht hygienisch genug vorgegangen ist. Es gibt auch noch andere Bakteriengruppen und deshalb wird immer wieder darauf ja hingewiesen, dass man ja zwischendurch immer wieder die Hände wäscht. Dass man quasi verarbeitetes Fleisch vom Gemüse beim Schneiden trennt, dass man quasi, wenn man sein Essen gekocht hat, für später, dass man das gut abdeckt und auf jeden Fall kühl bewahrt. Also einen Kühlschrank hält oder an einem kühlen Platz hält, weil nämlich eine warme Nahrung Grundlage ist für das Vermehren von Bakterien. Auch sollte man vorsichtig sein mit eigenen oder offenen Wunden oder Wunden von anderen, sodass diese gut abgedeckt sind, gut geflastert sind. Wenn man unter Nahrungsmittelvergiftung leidet, ist das Kunyal-Kriya wiederum recht sinnvoll. Oder auch hier wieder Shankar Prakshalana, worauf wir auch nochmal eingehen werden, die natürliche Darmentleerung. Kunyal-Kriya hatten wir ja in den letzten Lektionen bereits bearbeitet oder erwähnt. Grundsätzlich gilt, dass das gesamte Körper-Geist-System widerstandsfähiger wird durch intensives und ganzheitliches Yoga. Dann gibt es noch ein Krankheitsbild, das nennt sich Dispepsie. Das kann verursacht werden durch zu schnelles oder zu groß portioniertes Essen, welches auch recht unzerkaut aufgenommen oder eingenommen wird, was ja wiederum oder dessen Ursache wiederum Stress und Hektik sein könnte, also das sogenannte in sich hineinfressen. In diesem Moment kann die Produktion von Speichel und Magensaft wohl nicht oder geringfügig stattfinden. Demnach ist die Verdauung, also Magensaft und Speichel ist ja für die Verdauungsfunktion nötig oder für das Verdauen an sich notwendig. Und diese wird dann im Grunde dadurch fast ausgeschaltet, wenn diese Produktion nicht stattfindet. So findet dann auch keine gute Verdauung der Nahrung statt. Hier wieder als Gegenmittel ist die Ruhe, welches Yoga ja in sich schon schaffen kann. Insbesondere die Meditation, die eigentlich ganz zwangsläufig zur mentalen Ruhe führen könnte. Ja, also wie ihr hier sehen könnt, ist immer wieder die eigentliche Urursache der Verdauungsstörung oder der Verdauungsstörungsbilder, die Anspannung, Hektik und Stress, welches dann wiederum sich überträgt auf die Ernährungsweise, aber auch auf die Art und Weise zu essen. Und all das wollen wir ja quasi durch Yoga runter reduzieren oder wollen es umwandeln in Entspannung, sodass das Genüssliche wieder hervorkommt, Lebensgenuss, Essensgenuss und dementsprechend auch wieder der Kontakt zur Nahrung stattfinden kann. und wünschen euch damit dann auch ganz viel Spaß. Überträglich Überträglich